Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu The Beginner's Guide. Wir sind in Kapitel 8, Notizen, April 2009. Und hier sollen angeblich Notizen von anderen Spielern liegen. Netter Raum von Wegen. Das ist doch niemals von anderen Spielern gemacht. Niemals. Also erstens, ich bin sicher, dass du das hier ausprobieren kannst, aber dieses Spiel ist nicht mit dem Internet verbunden. Alle Noten, die du sehen kannst, wurden von CODA geschrieben. Das war eigentlich das erste Spiel, das ich jemals spielte. Das war kurz nachdem ich ihn in ein Weekend Game Jam in Sacramento, wo ich bin. Ich sah ihn an dieser Stelle arbeiten, und es war einfach so anders von was, was jemand anderes gemacht. So direkt away, ich dachte, ich muss mit dieser Person sein. In retrospect, ich glaube, ich war ein bisschen zu pushy, um zu bekommen zu sein. Ich war überenthusiastisch. Aber er war sehr dankbar und sehr patient mit mir. Und ich habe es dann auch aufgeschlossen. Feel free to skip over any of these notes, if they're not doing anything for you. Nothing extra is gonna happen, if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them, except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Das, dieses Spiel, dieses Spiel nix gut, ich würde es mögen, wenn ich könnte. In playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much. It's because it felt like they let me have that connection. I felt like he was inviting me personally into his world and then I feel less lonely too. I think this is really a question. I think this is the question. Ah, where do I come here? Can I not runterspring? Ach, there right? Ah, I have it again not checked. There right? It's of course, it's of course, it's of course. I have these things now not to read. But you all had to read it. They were actually all long enough eingeblendet. Hier müsste es eigentlich weitergehen, oder? Ja, hier geht es weiter. Langweilig. Hier gibt es eine Eichel und die Leute, die Seeleute suchen danach. Ah, hier darf ich runter. Oh, okay. Hätte ich auch hier lang gehen können. Ich weigere mich zu glauben. I want to believe. Wer hat Lust zum Quatschen? Wo war das bei... The Talos-Principal. Hinterm Popo-Arsch. Da konnte man wirklich Nachrichten hinterlassen an andere. Ich muss aufs Klo. Bitte erkenn mich doch. Oh. Kostenloses T-Shirt. Oh. 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 Alter, wie viel der hier einfach rein und den Blumenkohl prägt unsere Nation. Wohin du kommst, spielt keine Rolle. Alter. Schweda Blumenkohl prägt unsere Nation. Ethisch. Teufel, Turm, Stern? Haben wir schon zweimal gesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 At the end of this level we're going to see the puzzle again. And here I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Kodas mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Okay. Interessante Theorie. Ich lasse wieder die drei Punkte da oben. In each of his games, after exploring a theme that, you know, he might find difficult, Kodas can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. And because there's this dark area between the doors, a space between the spaces, before you move on you get to pause, just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. Und hier ist jetzt nur eine Notiz, ja, nach dem, nach dem Rätsel. Ich schreibe mal die Notizen, ja, genau. Hier werden sie geschrieben, die Notizen. Bist du da? Bitte sag etwas. Oh mein Gott, mach mir Angst. Wie abgefahren das ist, ey. Auch Pornostars leben nicht ewig. Okay, das ist schwer. Es wird einfach nur seine eigene Räume für ein paar Minuten drehen. Geh mit. Okay. Ah, hier ist eine Tür. Okay. Ich will wieder dasselbe Bild. Was hat das zu bedeuten? Aber schön, das finde ich schön, das hätte ich auch gerne in meiner Wohnung. Ist das eine Leiter? Okay. Das ist es. Das ganze Spiel. Und es gibt nichts, was besonders interessant ist. Du fährst einfach nach dem Ende eines Räume. Außer für einen Grund, Koda wird wirklich auf diese Präsenz, die all diese modernen Furniture hat. Und ich weiß nicht, warum. Aber er entscheidet, dass er diese Präsenz wiederholfen muss. Er wird anfangen, die gleichen Assetzen benutzen und es um etwas anderes. Okay, cool. Hier ist Version 2. Okay. Äh, ja hier sind die Möbel besonders schön. Welche Möbel sollen in die Raummitte? Äh, ein Kühlschrank. Das ist kein Kühlschrank. An der Wand. Eine Waschmaschine. Das ist eine Waschmaschine. Ähm. Tesla-Spulen. Wer bist du? Gibt's keine Antwort, sondern nur einen Tisch. What? What, 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 what? Äh, es gibt ein bisschen mehr zu diesem, aber trotzdem ist es nichts mehr zu kommunikieren. Es ist einfach nur weirr für Weirrheit. Das ist ein bisschen mehr zu kommunikieren. What the fuck? So, okay. Er legt es raus und beginnt. Diesmal kommt er an die Präsenzidee aus einer anderen Richtung. Und dreh ihn nach rechts. Stehlampe aus und wieder ein. Linken Sofa. Jetzt noch die Regale berühren. Gehe jetzt zum Ausgang. Was? Jetzt bin ich wieder hier. Natürlich. Hier ist eine Version, wo es keine Bars gibt, aber du kannst tatsächlich auf die Welle kommen. Und dann eine Version, wo die Präsenzidee ist, und die Präsenzidee ist, und die Präsenzidee ist. Ich will euch kurz kurz überprüfen. Ich meine, er wirklich auf die Präsenzidee auf diese Präsenzidee auf. Es gibt ungefähr ein paar. Persönlich, ich denke, es ist verrückt. Eine Person, die Präsenzidee durch ihre Arbeit zu sehen. Und für was? Wie? At what point do you just go, Eh, maybe there are game ideas other than this Präsenzidee I could be working on. But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making Präsenz. This is the very last version of the Präsenzidee that he created. And the reason I think it works, is that the Präsenz is not actually in it. It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Oh no, that's crazy. That's the worst thing I can imagine. I'll speak incoming. Welcome back. I'm Adventures in I'mark. Now, where are you going? This is representative, this is my friend Okay? I can see why he considers this a fitting conclusion, Schon irgendwie. Das sähe dann also so aus. This environment is meant to represent Koda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Putzen. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work. And this particular game took two months to create as a result. Wo ist das Schlafzimmer? Ich muss das Bett machen. Lassen Sie mich durch, ich muss das Bett machen. Fertig. Im Teppich. Nein. Ja, so sieht's aus. Ne. Die Sofakissen. Na klar. Was verschüttet? Ach da. Käse ist immer gut. Ja? Nein? Ach komm. Erzähl mir dein Käse. Das Geschirr. Das Geschirr. Okay. Wenn das mal echt zu schnell ginge. Die Wanne muss auch geputzt werden. Muss nicht perfekt sein. Schlafzimmer Bücher auf dem Boden. Ja. Dann machen wir das mal ordentlich hier. Perfekt. Hä? Was haben wir doch alle schon gemacht? Was? Ich weiß, dass Kuda wirklich gefühlt hat. In all of his work, eigentlich, das war der einzige Punkt, wo er mich aufgerufen hat, um mich zu kommen und zu sehen. Das war während ein paar Monate, wo er, wie... grosslich glücklich war. All die Zeit. Er war einfach mit einem constanten Schlafzimmer auf dem Gesicht. ... Mua, schon wieder die Bücher! Die Sofakissen sind schon wieder durcheinander. Frage. Oh. Okay. Achso, die war vorher gar nicht offen. Du kannst nicht in der dunklen Raum bleiben. Du musst einfach nicht. Du musst nicht weitergehen. Es ist wie du hier leben kannst. Was? 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 Kann man hier auch noch sterben oder was? Tada. Alles, was sie lieben, zum Vorzugspreis. Irgendwie. Okay. Das werden wir aber erst beim nächsten Mal angehen. Wir sind in Kapitel 11 Vorlesung. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich mache jetzt auch eine Aufnahmepause, weil die Banane möchte noch was mit mir aufnehmen. Ihr wisst es. Äh. Shift. Happens. Jetzt fiel mir der Name nicht mehr ein. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bei The Beginners Guide. Macht's gut. Tschüss.